Aber ich finde hier bis jetzt nur nicht dabei, dieses Gebäude hier, gibt mir das Gefühl, hier ist irgendwo was. Oh nein, einer nach dem anderen Mutier vom Slender geholt. Oh nein, da ist der Slenderman, da ist der Slenderman. Nein, du bist der Slender, deine Aufgabe ist es, alle Überlebenden zu suchen und zu töten. Na hallo. Und damit einen Flausching und Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer Folge von Minecraft Slender. Wir spielen heute den Slendermode auf dem meinsucht.net-Server vom Halloween-Event. Ich bin jetzt ein Überlebender, muss vor dem Slenderman verschwinden und muss dazu noch... Acht Zeiten müssen wir, glaube ich, insgesamt finden. Aber ich finde hier bis jetzt noch nicht dabei, dieses Gebäude hier, gibt mir das Gefühl, hier ist irgendwo was. Was auch schwieriger macht, dass ich einen Kurs aufbauen kriege. Hier geht's rein? Oder nicht? Hä? Und deine Schuhlevel 1 kannst du nur 5 Sekunden schnell rennen. Nutze die Chance, was? Geht gar nicht. Moment, hier kann ich hoch. Was ist hier? Oh, man sieht hier so wenig. Ist hier irgendwas? Ne, hier ist, glaube ich, nichts. Oh nein, ey, Mann. Entweder ist es mein Texture-Pack, oder ich bin einfach nur lost hier. Weil hier ist doch gar nicht... Hä? Oh nein, einer nach dem anderen wird hier vom Slender geholt. Was ist denn das hier? Das ist ein Brunnen... Aber, das ist... Können wir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, seid ihr dieses Halloween? Rausgegangen, habt ihr sich keinen gesammelt oder seid zu Hause geblieben. Wie man es machen sollte, eigentlich. Was? Ja gut, jetzt wurde ich vom Slender geholt. Was ist denn das für eine Map? Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Und wo war ich denn bitte gerade? Das ist so komisch. War ich hier? Ich weiß es eben nicht. Man sieht so wenig durch den Kürbis. Ich war, glaube ich, bei irgendeinem Brunnen hier. Hier war ich. Ach, hier ging es rein. Okay, hier sieht man ja echt gar nichts. Also mal ganz im Ernst. So, ich war gerade so schlau und habe mich in Lava begeben. Deswegen haben wir jetzt noch ein geschränkteres Blickfeld. Aber... Hängt hier irgendwas... Nee, das ist nur ein Baum. Ist natürlich gerade wunderbar für ein Slenderman, der mich dann noch besser sehen kann. So, hier war dieser Baum. Ist hier irgendwas? Nee. Was hier? Hier ist auch nichts. Nee, hier ist auch nichts. Okay, hier war... So, dass dieser Durchgang... All die Musik finde ich an sich schon gut gewählt. Aber ich finde hier halt keine einzige Seite. Das ist nicht so optimal, wenn wir gewinnen wollen. Nein, hier ist auch nichts. Ich spiele das jetzt zum ersten Mal hier. Beziehungsweise jetzt zum zweiten Mal. Okay. Oh, nee, das war ein Zaun. Warum ein Zaun? Wo hängen denn hier bitte die Seiten? Ich habe noch keine einzige Freunde. Ich habe ja auch eine Taschenlampe. Ah, okay. Ich bin jetzt hier. Hinter mir ist noch keiner her. Okay, gut zu wissen. Oh, nein. Da ist der Slenderman. Da ist der Slenderman. Nein. So, meine Damen und Herren. Ich bin wieder einer der Leute, die wahrscheinlich wieder keine... Oh, Gott. Meine Taschenlampe funktioniert nicht. Ja, das war auf jeden Fall wieder eine super spannende Runde. Du bist der Slender. Deine Aufgabe ist es, alle Überlebenden zu suchen und zu töten. Na, hallo. Na, hallo. Na? Nummer eins ist ausgeschalten. Oh, wo... Ich habe hier doch gerade noch jemanden gesehen. Wie sehe ich denn aus? Ich bin ja hier richtige sexy Maschine. Nummer zwei. Okay. Also ich... Okay, es lädt nur noch einer. Interessant. Aber, dass man die so schnell gekillt hat, das ist ja echt krass. Meiner Meinung nach ein bisschen zu OP. Hier ist noch eine Enderperle. Jetzt kann ich mich auch gleich mal ein bisschen umgucken. Wo hängen denn hier denn ein paar Seiten? Also ich habe bis jetzt im... Ach, hier ist glaube ich eine Seite, oder? Ist das eine? Ich glaube schon. Na, wo läuft er denn rum? Irgendwo muss er doch sich hier aufhalten. Hier ist er, ja. So. Okay, ich glaube, wir haben gewonnen. GG. Eine letzte Runde machen wir auf jeden Fall schon. Hier ist noch... Hier ist auch eine Seite. Und ich bin wieder Slender geboren. Das ist sehr interessant. Dort oben ist jemand. Wieso bin ich hier nicht durchgekommen? So. Hier scheint sich niemand aufzuhalten. Aber ich muss echt sagen, der Slender ist viel zu OP zu dem, was die Spieler hier haben. Oh nein. Ach, hier ist er. Hä, wo ist er jetzt hin? Hier. Oh Gott, es ist ja auch echt dunkel. Also als... Wie findet der denn hier noch raus? Alter, das ist mir echt ein Wunder. Ich würde hier wahrscheinlich... Will er nicht verrecken? Na gut, das ist jetzt eine Sackgasse. Nein, er lebt noch. Komm her. Komm schon. Nein, jetzt komm noch. Okay, der... Ja, also, ich muss sagen... Wir sind hier... Ich bin ja hier richtig krass. So, ein bisschen abkürzen. Eine Person, so. So, wo gehe ich denn am besten lang? Hier lang. Da kann ich ihn den Weg teilweise abschneiden. Jetzt komm noch mal her. Also... Oh, war hier nicht eine Seite? Nee, anscheinend auch nicht. Aber irgendeiner... Ja, einer muss hier auf jeden Fall noch sein. So. Eine Person haben wir noch. Nur, wo ist die? Nur sag mal, wo ist denn der? Ich finde den nicht. Und... Also, entweder ist er sehr schlecht im Suchen oder er versteckt sich irgendwo. Da vorne ist er. Guten Tag. Na gut, jetzt aus mit dir. GG. Na, ich muss echt sagen... Die... Unschuldigen. Die sind schon echt ziemlich... Unterpowert, muss man echt sagen. Also, die haben echt... Nicht viel Chance. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao. Leute.